So, diesmal werde ich angestarrt von Luis. Und es kann weitergehen. Ich bin immer noch Bill. Ich steh auf der Munition rum. Obwohl ich wieder abgestürzt bin, hab ich jetzt hier meine Macron wieder. Das ist auch schön. Ach, da müssen wir was explodieren. Ja, das hört sich für mich nicht so gut an. Ne, schön zurückgehen. Okay, sehr kontrollierte Explosion. Ach ja, genau. Da hatte ich noch so ein Brand-Munitions-Dings, das ich vorher noch dahin gesetzt hatte. Jetzt haben, glaube ich, alle Brand-Munition. Ach so. Ja, stimmt. Bei mir wird's auch angezeigt, ja. Ja, schießt den da wieder auf mich. Hm, ich weiß nicht. Ne. Oh, ich seh ja da irgendwas gelb. Hm. Irgendeinen Tank. Oh, wir müssen wieder Tank auffüllen. Also, drei... Drei Tanks müssen wir finden. Hm. Hm, da oben kann man reingehen. Ich hab einen gefunden. Okay. Da ist einer. Da ist einer. Hm. Na. Hier stand keiner zu sein. Na, 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 na. So dunkel hier. Reloading! Wo wir herkamen? Nee, war da immer... Hm. Ja. Oder nee, ach so, das sind... Wie sehen die denn aus? Sind das die ganz normalen Roden? Ja, okay. Dann hab ich auch einen. Ach, verdammt. Los. Ah, shit. Dann haben wir auch einen. Ja, da ist auch noch ein Charger da hinten. Nice job. Na, ne. Warten wir mal. Ähm. Es war da oben, wo du das hier hattest, oder? Nee, ich war, wo wir herkamen. Weiter hinten. Hm. Hm. Ich geh mal auf die andere Seite. Ah ja, da seh ich einen. Jetzt will ich draufschießen. Hä? Ach. Ach, da wär auch in seine Ecke gestanden. Wie dumm. Na ja, geil. Ups. Wenn ihr sie mir vom Leib haltet, äh... Kann ich auf... Gießen. Mach ich einen kleinen Aufguss. Und rein. Hey. Wer ist... Wer fährt eigentlich? Nur mal so. Äh, ja. Gute Frage. Ich glaub, da war... Irgendwer hat mit uns gesprochen. Ich glaub, da ist schon ein Fahrer. Der wollte halt nur, dass wir ihm helfen. Nehm ich an. Äh. Fahren kann er aber nicht. In den Station. Oh. Jetzt bin ich... Uah. Oh, entschuldigung. Ich bin auf der Stelle irgendwie... Ich kann mich nicht bewegen. Ich geh mal raus. Vielleicht kommst du dann raus. Ah ja. Ah. Mist. Ah. Äh. 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 Wir wollen... Vorräte sammeln. Ah. Okay. Äh. Die Kisten werden angezeigt. Ja. Gehst du zu der linken Kiste? Ja. Allerdings kann ich... Sparten wir das wahrscheinlich nicht alleine machen. Okay. Na gut. Ah. Ach. Alarm. Oh oh. Tja. Da. Müsst du ja wohl rein. Also... Es hat noch keinen Alarm ausgelöst. Mhm. Oh. Bad Kids. Jetzt mal rausgehen. Mhm. Na gut. Ja, mir soll's recht sein. Charger! Ja. Ja. Ein paar Monate draufkommt jetzt. So. Haben wir alles eingesammelt? Dann können wir weiter. Mhm. Was schreit der denn so? Äh. Mhm. Mhm. Das war ja ne lange Fahrt. Oh nein. Oh, weh, weh. Scheiße. Was hatte der eigentlich da für, äh, ne Waffe drin? Ähm. Ja, ganz normale. Nix, was ich brauche. Ähm. Nix, was ich brauche. Nix, was ich brauche. Ähm. Nett, ihr. Kleiner Stadtpark. So, ihr hört wieder ne Witch. Ah, durchs Fenster. Ach. Äh. Ich werf da grad mal was rein. Mhm. Wow, das hat ja nicht so viel gebracht. Ja, super. Na, ich komm nicht hoch. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Äh, springt da hinten rum. Okay. Ach so. Das ist der Lu... Was macht denn der Luis auf meinem Kopf? Ach. Ah, haha, da sitzt sie. Na toll. Das ist ja nicht doof. Was kratzt denn da rum? Ah. Was? Ich hab... Äh, äh. Das ist ja nicht doof. Was kratzt denn da rum? Was? Da ist irgendein Radio, das so kratzt. Ja. So, warte mal. Ich kann dich heilen. Okay. Hm, na. Wendeltreppe. Watch your head. Schon wieder. Oh nein. Kommt wieder irgendwas von oben gleich. Ah, scheiß Boomer. Ich hab' ihn noch gesehen. Ich hab' irgendwie ne schlechte Position. Ja, wir müssen da wohl raus, ne? Ich hab' keinen Weg dran vorbei. Hm. Ja, supi. Ah. Okay. Batteriekästen abschießen. Ach so, abschießen. Okay. Ah. Ah. Äh. Treffen müssen wir können. Ah. Oh. Fuck. Shit. Hm. Ah. Sag mal. Äh. Ich werd' grad mal den losheilen. Ja. Okay. Ging eigentlich ganz gut. Und dafür, dass ich dann befürchtet habe, dass... ...Luis und Joey am Boden sind. Hm. Hm. Okay. Ah, die brauchen wir uns nicht mehr, hoff' ich doch. Ah. Da geht's. Sieht's aus, als würde sie irgendwie weitergehen. Ah. Ähm. Und jetzt. Hm. Da geht's auch nicht rein. Hm. Ach. Ja, später. Ja, später. Spitter. Spitter. Also das Auto... Ja, da kamen wir aber raus. Da werden wir aber nicht wieder rein müssen, oder? Nein. Kein Sinn. Nee. Da vorne siehst du. An der, an der Wand. Ich würde ja jetzt sagen, dass wir da hin müssen. Da muss es drüben, wo weitergehen. Ach so, ja. Okay. Klar, dem Pfeil nach irgendwie. Ja, rechts. Ach so. Ja, okay. Klar, dem Pfeil nach irgendwie. Ja, rechts. Ach so. Schlimm zwei Meter daneben gesprungen. Irgendwie treffe ich heute auch nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Spiel immer ein bisschen ruckelt. Kann man ja auch nicht gut treffen. Ja, ja. Das ruckelt schon ein bisschen. Viele von den inoffiziellen Kampagnen ruckeln. Okay. Gut. Äh. Sollen wir gleich weiter? Ja, ja. Es hat, ja. Ich hatte nur gerade geguckt, niemand hat Pillen oder so. Ist blöd. Nee, ich habe auch nichts. Kann dir nichts geben. Na, das sieht ja... Warte mal, da hinten liegt was. Da ist ein Medkit. Kannst du dir ja schnappen. Oh. Du hörst, was ich höre? Hm. Natürlich müssen die beiden schon mal runterrennen. Hey, vielleicht schaffen wir es... Oh nein! Ah, Vorsicht! Ah! Rückzug? Okay. Ich... Ich habe einen Monotroph. Soll ich auf ihn werfen? Äh... Nee, schlechte Idee. Okay. Ist der Engler unten? Ja. Oh, ne Bank. Cool. Sieht aus, als hätte sich Francis in... Tank verwandelt. Nachdem was der da anhat. Hä? 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 Noch mehr. Kann ich mich auch heilen? Da... Uah! Ach so, das ist tatsächlich der Safehouse auch schon. Ach wie cool. Ja. Das ist ein Safe. Schick. Ja, safe. Safehouse. Finde ich gut. So, ich glaube jetzt kommen wir zum Finale. Das Finale. Demnächst auf diesem Kanal. Ach so! Ach so! Ach so... Ach so. Ach so!